Musik Für mich ist jeder Einzelne ein Herz. Und wenn dieses Bewusstsein sich in uns und dann in unseren Feldern und dann in unseren Communities Raum nimmt, dann haben wir über kurz oder lang ein ganz anderes Umgehen miteinander. Wir haben eine Art Brotherhood, Sisterhood von Seelen, die zu einem gemeinsamen Zeitpunkt auf dieser Erde sind und sich verbinden, das Bewusstsein auf diesem Planeten zu diesem Zeitpunkt anzuheben. Und da lade ich jeden zu ein und freue mich, wenn ich den einen, die andere auch mal persönlich begrüßen darf. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020